In einem kleinen Dorf in Oklahoma, fernab der hektischen Stadtleben, erblickte Bertram das Licht der Welt. Sein flauschiges Fell und seine großen, treuen Augen verliehen ihm einen Zauber, der sofort Herzen eroberte. Doch die Freude über Bertrams Geburt wehrte nur kurz, denn die Züchter, die sich auf Pomeranian-Spitzwelpen spezialisiert hatten, waren von seinem Erscheinen wenig begeistert. Bertram hob sich deutlich von seinen Geschwistern ab. Sein Fell war dichter, sein Körper kräftiger und er strahlte eine Anmut aus, die nicht den engen Vorstellungen der Züchter entsprach. Statt die Einzigartigkeit des Welpen zu schätzen, entschieden sie, dass er nicht den gewünschten Standard erfüllte und somit unverkäuflich war. Diejenigen, die sich als seine Besitzer bezeichneten, verurteilten ihn als hässlich und sahen in ihm nur einen finanziellen Verlust. Bertram, der wie ein entzückendes Bärenjunges aussah, war plötzlich auf sich allein gestellt. Die Züchter fanden die perfekte Lösung, um ihren ungewollten Fehler loszuwerden. Sie gaben Bertram im Tierheim ab. So begannen Monate der Einsamkeit und Unsicherheit für den flauschigen Welpen. Tierheimwände sind keine passende Umgebung für ein Wesen, das so viel Liebe und Pflege benötigt. Bertram verbrachte Tage in Begleitung von Stille und engen Räumen, die weit entfernt waren von dem warmen Nest, das er hätte haben sollen. Das Schicksal jedoch hatte einen anderen Plan für Bertram. Kathy Grayson, eine Tierliebhaberin aus New York, stolperte über Bertrams Foto auf einer Rettungswebsite. Die große, runde Kulleraugen und das flauschige Fell berührten ihr Herz auf eine Weise, die schwer in Worte zu fassen ist. Kathy wusste, dass sie und Bertram füreinander bestimmt waren. Bertram wurde von Kathy gerettet und sein Leben änderte sich schlagartig. Er zog in die lebendige Stadt New York, wo er von nun an an der Seite seiner liebevollen Besitzerin ein neues Abenteuer erleben sollte. Kathy, deren liebstes Hobby das Fotografieren war, konnte nicht anders als Bertram vor ihre Linse zu bringen. Sein Teddybär-Aussehen war entzückend und machte ihn zu einem wahren Star in den sozialen Medien. Bertram wurde zu einem regelrechten Prominenten, der in den Straßen von New York Aufsehen erregte. Die Menschen konnten nicht anders als stehen zu bleiben und den flauschigen Bären anzustarren, der wie aus einem Märchen entsprungen schien. Sein einzigartiges Aussehen erinnerte viele an den berühmten Teddybären aus dem Film Paddington. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.